Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der Sony Playstation 3 und es ist mal wieder Zeit für Capture the Flag, Modern Warfare 3, ja klar, auf der PS3. Äh, ja, ich denke mal, ich nehme heute mal die KSG12, die P99, Claymore, Taktischen Einstieg, Blinder, Überwacher, Attentäter, Todesstille, Spitzalist und Hohlspitzgeschosse, nehme ich auch mit. So, das ist die Maeve Lockdown hier und jetzt gehen wir erstmal hier die Treppe nach oben, gehen nach oben und gleich mal nach rechts und schauen wir mal, ob da schon was ist. So, da ist nur der Prinz, der Prinz, warte mal, den kenn ich doch nicht mal, den Prinz, den Prinz, den Prinz. Der Name Prinz sagt mir was. Äh, jo, wir gehen jetzt auf jeden Fall zu nehmen. Oh, wow, 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 da hat sich der Ami, der Ami auf den Boden gelegt. Das amerikanische Soldaten-Pick. Oh, äh, da vorne steht Töten, da vorne steht Töten, Leute. Da vorne ist was, da ist was. Ah, da müssen wir mal hingehen, äh, gehen wir nicht rein, das ist mir zu gefährlich, das ist mir zu gefährlich. Aha, was haben wir denn da? Oh, mamma mia, da habe ich den Amerikaner doch noch erwischt. Und das war eine Niederlage. 0 zu 2 Spielbonus, 266 Punkte. Und jetzt schauen wir uns das letzte Intro von DMC Burr 1 an. Und natürlich, ihr habt mich ausgeschaltet. Ich bin selber nicht der Amerikaner. Jo, das war es eigentlich schon wieder von eurem YouTube Gamescom auf der PS3. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. See you later, alle Gäder. Und ich melde mich wieder live aus dem Studio. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.